Die Berliner Feuerwehr wurde um 027 an die Unterhavel nach Wannsee alarmiert. Dort ist auf Höhe der Pfaueninsel ein Brand im Motorraum einer Motorjacht ausgebrochen. Die Berliner Feuerwehr ist daraufhin mit 65 Einsatzkräften zur Einsatzstelle ausgerückt. Vor Ort mussten wir erst eine Person mit einer Rauchgasvergiftung behandeln. Diese konnte jedoch nach der Behandlung vor Ort verbleiben. Drei weitere Personen wurden von einem nahegelegenen weiteren Boot in Sicherheit gebracht. Auch diese konnten allerdings dann vor Ort verbleiben. Der Brand wurde mit Unterstützung der Wasserschutzpolizei mit mehreren Pulverlöschgeräten auf dem Boot gelöscht und war nach ungefähr einer Stunde unter Kontrolle gewesen. Das Komplizierte bzw. Besondere an dieser Einsatzstelle war, dass wir keine Brandbekämpfung von Landseite ausfahren konnten, da die betroffenen Boote und das brennende Boot mitten auf dem Wasser auf dem Wannsee gelegen haben an der Unterhavel und wir sozusagen die Brandbekämpfung nur über ein Polizeiboot und über Boote der DLRG laufen lassen konnten. Unsere Einsatzkräfte mussten sich also neben den Atemschutzgeräten, die sie mitführen mussten, auch noch mit Rettungswesten ausrüsten und dann von den Einsatzbooten auf das private Boot, auf die Motorjacht übersteigen, um dort die Brandbekämpfung im Maschinenraum durchzuführen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017